schimmelpilz im badezimmer wie entsteht der schimmelpilz ja wenn die dusche läuft und ihr es wirklich gemütlich habt schön warm und ein tropisches klima entsteht dann ist der schimmelpilz da setzt sich fort und mit dieser anleitung möchte ich euch zeigen wie ihr in fünf minuten das ganze im griff bekommt mit ja well natürlich habt ihr eine super lösung ich nehme ein spray spritzer und fülle es mit ja well vorsichtig die kleider und das verätzen und danach werde ich diese schwarzen schimmelpilz einsprühen und einwirken lassen schaut zu was passiert mit dem schimmelpilz achtung schauwasser ist wirklich ätzend tragt wenn möglich handschuhe und schutzbrille das wäre absolut perfekt nicht so wie ich jetzt habe wirklich keine handschuhe dabei hatte keine zu hause aber trotzdem es wäre schön handschuhe zu tragen und schutzbrille danach alles schön einsprühen und wichtig ist das badezimmer oder dass die duschkabine alles gut lüften wirklich gut lüften weil das ganze ist wirklich ätzend natürlich regelmässig lüften im bad hilft schimmelpilze vorzubeugen ja es wirkt aber nicht immer und dann habt ihr trotzdem schimmelpilz mit dieser kurzen anleitung von fünf minuten habt ihr den schimmelpilz besiegt danach dauert das sehr lange bis er wieder kommt also achtung es ist ätzend die ganze sache aber es hilft erinnert fünf minuten natürlich nach zwei minuten hat man schon ein riesen erfolg erlebnis das shovel hat den schimmel beseitigt circa 50 prozent vom schimmel ist schon weg und ich habe dieses video wirklich fünf minuten lang aufgenommen für euch dass ihr es eins zu eins nachvollziehen könnt wie es wirklich weg geht schaut weiter zu und dann werdet ihr wirklich begeistert sein ja 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 Mit dieser Haushaltsbürste könnt ihr noch die Fugen mechanisch abreiben und so das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, wenn es ein bisschen hartnäckiger wird und dann ist es wirklich nach vier Minuten alles perfekt. Danach mit lauwarmem Wasser alles herunterspülen und wirklich sauber mit klarem Wasser reinigen und dann habt ihr einen perfekten Boden. Ja, Schimmel bildet sich überall in der Duschkabine. Silikonfugen sind auch manchmal mit Schimmel belegt, die könnt ihr auch reinigen mit Shovel oder am Ecke, oben an der Dusche, in der Ecke hat es auch ab und zu Schimmel, dort könnt ihr auch mit Einsprühen von Shovelwasser, Achtung aber auf die Augen, da müsst ihr wirklich Schutzbrille und Kappe tragen und kurz leicht einspülen, dann geht den Schimmel weg. Ja, jetzt alles schön mit lauwarmem Wasser herunterspülen und dann habt ihr eine perfekte Dusche. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch wirklich mal ein positives Like oder schreib etwas in meiner Kommentarliste, etwas Positives, wäre wirklich ganz schön. Negative Kritik kommt immer auch gut an, wenn sie konstruktiv ist, sonst lass es sein. Denn nur negative Kritik, ja, das ist nicht so toll. Und ich denke, ich kann euch mit diesem kurzen Videoanleitung ein bisschen helfen und ja, so den Tag erleichtern. Ich wünsche es trotzdem, einen ganz schönen Tag euch, tschüss, euer Marcotti.